So, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Vielleicht hört man es ein bisschen raus, meine Stimme ist relativ, wie soll ich es ausdrücken, am Arsch. Dank einer kleinen Erkältung oder keiner anderen grippalen Effekt kann ich jetzt auch nicht so, so, so lange aufnehmen. Ich nehme mit vielleicht 8 bis, weiß nicht, so ein paar 10 Minuten vielleicht auf. Und es hat doch eigentlich nur einen Grund. Viele wissen ja, dass ich meinen Hightest verloren habe, traurigerweise. Und deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie ich weitermachen soll. Soll ich mir meine D-Mann-Sachen wiederholen oder soll ich sie mir nicht wiederholen? Deswegen hört genau zu, damit da jetzt wirklich eine Art Umfrage entsteht und sich keiner durch benachteiligt fühlt, ja, ich werde mich auf euch verlassen, so wie ihr es wollt. Ich werde mir die auch gerne wiederbauen, wenn ihr das wollt. Also, unter dem Video werde ich zwei Kommentare hinterlassen. Eins wird heißen, ähm, sag schon hier, ja, äh, soll ich mir sie cheaten? Dann, äh, ne, ich werde drei Kommentare. Also, der erste ist, soll ich sie mir cheaten? Der zweite ist, soll ich sie mir nicht, äh, ich cheate mir sie nicht. Äh, dritter ist, ähm, ich cheate mir nur ein paar wichtige Sachen, also nicht alles. So, und, ähm, darauf gibt ihr dann ein Like. Und, ähm, welcher Kommentar halt mehr Likes hat, mehr Likes hat, dann weiß ich Bescheid, ähm, das soll ich dann so machen, das werde ich dann auch so durchziehen. Das heißt, ihr habt die Chance, das irgendwie zu manipulieren, das wäre mir dann egal. Ist mir, oh, ist weg gerade. Scheiße. Und ich werde vielleicht, ja, und das könnt ihr dann halt machen. Bitte, ich bitte wirklich diesmal darum, dass das auch jemand mal macht, weil, ich weiß, beim Let's Show Your World haben sich zwei Leute gemeldet. Das ist ein bisschen deprimierend von 30, 40, 50 Zuschauern, das ist ein bisschen, aua, was lebt denn jetzt hier so dolle? Äh, ja, und ich möchte manchmal, boah, tut mir leid, da muss ich gerade husten. Ähm, ja, dachte ich mir so, für die Rest der Minuten, zeige ich mal den neuen dazugekommenen, wie das Haus hier eigentlich aussieht. Wir sind hier gerade in den Turm. Ähm, ach ja, was ich noch erzähle, ich werde vielleicht gleich mal dazukommen, ja, ein Part Last Chaos aufzunehmen. Auf dem Privatserver, wo ich spiele, Last Crash Line. Ähm, sehr guter Server, kann ich nur empfehlen. Ist noch, ähm, viel zu bearbeiten dran, aber es geht voran. Ich bin da sogar Gamers, das heißt, ähm, wenn ihr irgendwas braucht, könnt ihr mich sofort fragen und ich gebe euch das. Da fiel, oh, Slacks, das ist unglaublich. Das regt mich gerade richtig auf. Ja, und hier, was wollten wir eigentlich mal hierhin machen? Ich glaube, hier weiß ich gar nicht, was ich hier mal hinmachen wollte. Mist, das hält mir jetzt gerade wirklich nicht ein, weil hier hinterher ist ja das Schlafzimmer. Was kann man hierhin machen? Wie wäre es mit dem Badezimmer, das wäre auch mal was. Ich glaube, das hat übrigens auch noch gar keiner gebaut bis jetzt. In dein Let's Place. Ja, ähm, 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 Mann. Ja, und hier unten ist so ein kleiner Wartungsschacht, ähm, für das hier, für unseren Transport von oben nach unten. Ja, der ist jetzt nicht so wichtig, der ist jetzt ein bisschen langweilig. Hier oben ist Wasser. Achso, da oben ist die Farm, stimmt. Hier ist ein kleiner Geheimgang. Der wird noch mit Pistons gemacht, wenn wir mal dazu kommen. Ähm, aha, was geht denn jetzt hier ab? Ich beende mal kurz die Aufnahmen, fangen sie neu an. Also, nein, ich mache so kurz einen kleinen Cut, bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da und es bleibt immer noch, keine Ahnung wieso. Jetzt wird's besser. Ja. Hier wird mal so ein Gästezimmer draus, wenn der Laju dabei ist oder sonst wer, dann könnte die da drin stehen. Können die da drin schlafen? Ja. Hier unten war mein derzeitiger Schlafpunkt. Seit der 1.0, wenn Monster an sind, kommt man ja nicht mehr durch. Hier sieht man nochmal den Gang. Ähm, hier ist nur der Kiste. Da oben ist das Schlafzimmer, habe ich dir mal schon gezeigt. Ah, Mann. Hier ist der Pool. Und ein kleines Getreidefeld. Mann, das leckt aber gerade blöd. Blöde Reise. Ja, so, hier. Und das hier ist die Küche noch, der Werkraum, so gesagt. Da ist auch noch eine Kiste. Moment mal, ich beende das nochmal. Guck, gleich mal nach, was es ist. So, ich denke jetzt mal, das müsste jetzt besser sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach nur den Desktop auf und zu gemacht. Ja, jetzt geht's wieder. Gut. Jetzt hier ist auch nochmal so eine kleine Farm. Die hat der Laju auch wieder abgeerntet, der Schweinehund. Da ist ein kleiner Balkon. Da oben sieht man nochmal den großen, großen Turm. Können wir auch nochmal wieder zumachen hier. Und das hier war mal, ja, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat. Das letzte Bild, äh, Abonnenten-Special, war das da 250, oder? Das ist schon relativ lange her. Es geht ja auch steigend nach oben, was mich sehr freut. Apropos Texture-Pack-Fragen. Da gibt es ja auch mal ab und zu welche. Wann kommt das Texture-Pack? Ähm, der gute Seismic ist der, ähm, dabei schon am Arbeiten, ähm, ein paar Texturen zu übernehmen, beziehungsweise so zu machen, dass es leicht möglich wäre, dass wir bis, ähm, Heiligabend eine Privilees, also so rausbringen könnten. Das heißt, es ist dann mein Weihnachtsgeschenk an euch. Ich, ich werde versuchen, vielleicht, oh, meine Fresse, ich werde vielleicht versuchen, ein paar, äh, HD-Mops zu zeichnen, wenn ich dazu komme. Mal schauen. Und, ja, eigentlich habe ich jetzt eigentlich schon alles vom Haus gezeigt, ne? Mh, bittere Sache. Also, wieder so eine kleine LP-Folge. Ich hoffe mal, das sind jetzt mindestens acht Minuten oder so. Ich hoffe es. Äh, weil es ist ja relativ langweilig, wenn ich nur labere und nichts mache. Na, gucken wir uns die Sonnenaufgaben mal an. Bäh! Unter! Den Untergang an! Ja, und dann noch heute zu LC, ähm, wie gesagt, ich spiele auf diesem Privatserver, bis es mir keinen Spaß mehr macht. Es geht relativ schnell, ich denke mal, bis 140 werden wir so, naja, bis 130 werden wir vielleicht so kommen. Und, ähm, ja, dann ist es auch schon vorbei. Weil, da müsste ich mir meinen, äh, GM-Charakter ein paar Monster geben. Also, spawnen, beziehungsweise, dass ich weiterkomme. Das dauert halt auch ein paar Ewigkeiten. Also, das ist ja nur so ein kleiner Einblick, also so letzter Test. Naja, mal schauen. Ob ich das heute aufnehme, weiß ich noch nicht, weil meine Stimme macht es, glaube ich, nicht mit. Und, ja, dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wieder in meiner richtigen Stimme. Und, äh, tschüss. Wie gesagt, nicht vergessen, äh, bevor ich jetzt auf Wiedersehen sage, äh, ich hab ja schon auf Wiedersehen gesagt, hahaha, nochmal ganz von vorne. Unten in der Kommentarbox stehen drei Kommentare von mir. Einer mit, soll ich mir cheaten? Ja, soll ich mir cheaten? Nein, soll ich mir cheaten? Nur ein paar Teile. So, und, äh, dann, tschüss. Tschüss.